Warum seid ihr nicht auf der Bühne? Kriegt ihr das hin? Ja klar. Die beiden sind die Besten. Na hoffentlich. Hopp, komm, raus. Showtime. Hopp, 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 komm. Hopp auf die Bühne. Denn nun erwarten Sie zwei professionelle Aktionen. Hallo Leute, wir sind in der Tat hier heute. In der Land der Pharaonen. Genau, in Ägypten. Ägypten, pssst. Nichts alle Sachen. Die Kamera waren jetzt die Hölle. Nichts alle. Das ist spannend. Die zwei Freunde sind unterwegs zu Christus und Sebastian. In Ägypten. In Ägypten. Wenn das nicht klappt, schaut euch selber um. Das ist Beweis genug, gell? Ja, also. Ja. Also wir müssen noch die Pyramide erforschen. Ruhig. Action, Action, Action. Ägypten. Ägypten. Äh, das ist aber nicht als ein ein wahres Hübsstudio, oder? Ja, fast, oder? Fast. Das war's. 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 Das war's.